Hallo, nur mal eine ganz kurze Information. Es kommentieren immer wieder welche, die bei sich die Funktion ausgeschaltet haben, dass man antworten kann. In dem Fall ist es jetzt Zimt und Toba Bo unter diesem Video, aber es gibt es immer wieder. Ich antworte auf jeden Kommentar. Wenn ich auf euren Kommentar nicht antworte, dann liegt das daran, dass ihr eben diese Funktion aktiviert habt, dass nur Freunde euch antworten können. Das heißt, euch kann niemand auf eure Kommentare antworten. Das sind jetzt wieder zwei Kommentare, wo ich sehr gerne geantwortet hätte, weil auch sehr gehaltvolle Sachen drinstehen und es ärgert mich natürlich dann, dass ich nicht antworten kann, dass ich den Kommentar verfasse, dann auf Antworten klicke und dann nichts passiert. Einfach aus dem Grund, weil ihr das so ausgestellt habt in euren Privatsphäre-Einstellungen. Also wenn ich euch nicht antworte, dann ausgestellt. Und die bitte eigentlich an alle, die kommentieren, schaltet das so an, dass jeder euch antworten kann und nicht nur Freunde. Das nur mal so als kleine Information. Ach ja, und Biene2208 auch. Wie gesagt, schaut euch immer mal an, ob eure Kommentare nicht geantwortet werden. Und dann habt ihr wahrscheinlich einfach die Funktion ausgestellt. Also wie gesagt, Biene2208 ebenso. Ich werde natürlich jetzt nicht für jeden ein Video machen, aber generell einfach mal meine Zuschauer darauf sensibilisieren. Schaut nach, ob man euch antworten kann. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020